Guten Abend, die Dänen sagen Ney zu mehr Europa, unsere Themen. EU-Skeptiker siegen beim Referendum. Bröckelt der Zusammenhalt der Europäischen Union? Immer Ärger mit der verflixten Kohle, warum beim Klimagipfel in Paris die Finanzierung Ärger macht? Und ausgezeichnet das Jugendbuch Les Petits Rennes von der französischen Autorin Clémentine Bouvet. Und bevor wir über das Nein in Dänemark sprechen, blicken wir zuerst in die USA. Zwei Tage nach der Schießerei in einer Sozialeinrichtung in San Bernardino verdichten sich die Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Wie heute bekannt wurde, schwor die Attentäterin der Terrormiliz IS die Treue. Über den aktuellen Stand der Ermittlungen weniger statt mehr Europa, so lautet das Votum der Dänen. Bei der Volksabstimmung hat sich eine knappe Mehrheit gegen eine weitere Zusammenarbeit mit der EU ausgesprochen. Davon betroffen gewesen wäre vor allem die Zusammenarbeit mit der europäischen Polizeibehörde Europol. Was das dänische Referendum für die europäische Sicherheitspolitik... Ja, das Votum der Dänen hat nicht gerade zu einem besseren Arbeitsklima bei dem heutigen EU-Innenministertreffen in Brüssel beigetragen. Bei dem Treffen ging es vor allem um zwei wesentliche Themen. Die Flüchtlingspolitik und Maßnahmen gegen den Terror. Was die Speicherung von Fluggastdaten angeht, gab es nach jahrelangem Streit eine Einigung. Christina Küfner berichtet. Drei Wochen nach den Anschlägen in Paris hat der Bundestag den Bundeswehreinsatz in Syrien mit großer Mehrheit beschlossen. Mit Ja stimmten fast alle Abgeordneten aus dem Koalitionslager. Nur noch zwei Tage bis zu den Regionalwahlen in Frankreich. Heute endete offiziell der Wahlkampf, der nach den Anschlägen in Paris vor allem von den Themen Sicherheit und Einwanderung dominiert war. Themen, die bei den Regionalwahlen diesen Sonntag eigentlich keine Rolle spielen. Denn für die Verschärfung von Sicherheitsmaßnahmen sind die Region gar nicht zuständig. Sophie Rosenzweig berichtet. Bislang regieren die Sozialisten in 21 der 22 Regionen. Doch die Neuaufteilung in nur noch 13 Regionen und die Unzufriedenheit vieler Franzosen mit der sozialistischen Regierung wird die politische Landkarte in Frankreich wohl entscheidend verändern. In Pays de la Loire sagen Umfragen einen Sieg der konservativen Republikaner voraus. Eine Region, in der seit 2004 die Sozialisten das Sagen haben. PS-Kandidat Christophe Clergeau hofft dennoch auf Sieg und gibt sich nicht geschlagen. Patrick Schulze-Heil und Eric Bergeron haben den Sozialisten im Wahlkampf begleitet. Überzeugungsarbeit haben heute auch tausend Bürgermeister aus der ganzen Welt beim UN-Klimagipfel geleistet. Sie sind extra nach Paris gekommen, um den Klimaschutz auf lokaler Ebene voranzubringen und zu würdigen. Geäußert hat sich heute auch die Bürgermeisterin von Sydney. Welchen Platz nehmen Bücher im Leben von Teenagern ein? Aller digitalen Euphorie zum Trotz sollen rund 80 Prozent der 6- bis 13-Jährigen mindestens einmal pro Woche in einem Buch schmökern. So lautet eines der Ergebnisse der Kids-Verbraucheranalyse. Fantasy-Romane, Liebesgeschichten und Krimi-Abenteuer sind hoch im Kurs. Das Thema Mobbing behandelt die französische Jugendautorin Clémentine Beauvais in ihrem neuesten Buch. Philomene Bon hat die frisch ausgezeichnete Schriftstellerin bei der Jugendbuchmesse in Montreuil bei Paris getroffen. Und das war's von uns für heute. Hier folgt nun die Dokumentation Alaska. Und ab 20.15 Uhr erwartet Sie der deutsche Fernsehfilm Miss Sixty unter anderem mit Iris Berben. Ihnen noch einen schönen Freitagabend und ein erholsames Wochenende. Morgen begrüßt Sie hier Carolin Höfchen. Tschüss und auf bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017